Kann mir einer sagen, warum Call of Duty war so, wenn ich... Ja, aber ganz ehrlich, ich hatte Shield Break bei ihm und dann fängt er an zu schießen und killt mich. Wie? So viel stärker ist die AK nicht, wie die M4. Die AK ist eigentlich schlecht. Ja, scheinbar nicht. Headshot! Alter, verbot, verbot, verbot. Ist das hier auch so mal möglich wie ich? Ich geb mir zu. Ich komm zurück. Oh, ich hab ne scheiß Rotflinte, oder? Okay, die wissen, dass ich da bin. Jetzt noch ne Sniper. Ja. Aber die wissen jetzt, dass ich da bin. Das heißt, ich mach mal nen Klatterer. Okay, ich bin tot. Oh, bitter. Die haben Drohne. Oh, richtig bitter. Ja. Ich bin schon... Ich bin komplett raus. Ja, so ging's mir auch. Headshot. Ja, sauber. Erwege. Nice. Ne, ich muss ja auch noch. Ralf muss auch noch Gulag. Wo muss ich hin? Wo soll ich hin? Wo soll ich hin? Sag mir mal, wo sie... Gute Frage. Du könntest hier landen. Ist aber kritisch. Du könntest... Land hier, wo du... Dreh um. Oh, das gibt's doch nicht. Ich hör's nicht. Ich hör's nicht. Okay. Bin nicht jetzt alleine, ne? Ja. Liegt's jetzt an mir. Ja. Ne, land nicht, land nicht, land. Er hat den 100 pro wiederbelebt. Ja. Mach nicht. Da liegen auf jeden Fall Waffen. Und ich kann hier nebenan noch ein bisschen Munition sammeln, weil die Zone nicht da ist. Wo ist der andere? Hier. Wo, wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Am besten aus Ralf seiner Sicht erzählen. Rabin. Peace.